Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem erneuten Video. Heute gibt es das Video über mein Auto und das Auto von dem guten Alex. Das kennt ihr ja schon. Ich habe jetzt übrigens genau das gleiche, wie ich im Video davor schon gesagt habe. Aber wir machen heute ein kleines Vergleichsvideo. Serie gegen ein bisschen umgebaut. Part 2 der Luxusschiffe. Part 2 der Luxusschiffe. Und warum Lexus die beste Marke ist, die ihr euch kaufen könnt, wenn ihr keine Geringverdiener seid. Ja, okay. Ne, auf jeden Fall. Ich will jetzt gar nicht zu sehr aufs Technische eingehen, weil die ganzen Spielereien habt ihr ja bestimmt im Lexus Video, was ich schon mal gemacht habe, gesehen. Das ist vielleicht nur was Wichtiges, was anders bei deinem ist, technisch. Ja, aber auf jeden Fall, falls ihr das nicht gesehen habt, mache ich das jetzt. Hier ist das auf der Seite. Mache ich das da oben jetzt hin. Ansonsten, man sieht ja auf den ersten Blick, so von der Höhe her. Fahrzeughöhe ist die halbe Miete. Ist die halbe Miete, ja. Das merkt man auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier 75 Zoll Tuning-Felgen von dieser Marke, wo dieser Vogel drauf ist. Nein, das sind eigentlich Toyota-Felgen. Toyota-Aventsis-Felgen. Aventsis-Felgen. Für den Sommer habe ich ein bisschen schönere. Ansonsten sieht man, ich habe eine kleine Lippe. Ich hoffe, man sieht das überhaupt wegen der Dunkelheit. Ich habe hier eine kleine Lippe noch dran. Ist aber nur so eine Gummilippe. Und ich habe Xenon-Scheinwerfer, die zeige ich euch gleich mal, wenn das Auto an ist. Ansonsten, ich habe leider nicht diesen finanziellen Fehlersticker. Brauche ich allerdings noch, weil, naja, wenn ihr das Video, das vorherige Video gesehen habt, wisst ihr, der schluckt ja ganz gerne mal bei entspannter Fahrweise 18 Liter. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte ja nicht heulen. Ich möchte ja aber das Auto von der besten Seite präsentieren. Und ich glaube, der größte Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich ein bisschen das Klangbild. Du hast jetzt auch ein bisschen was gemacht. Willst du uns kurz erklären, was? Also, was ich getan habe bei dem Auto im letzten Video. Wir haben jetzt die Ansaugung umgebaut. Das ist praktisch eine Serienansaugung, nur die ist offen. So, das Schöne daran ist, fährt man normal, fährt man leise, hört man nichts. Aber geht mal auf Last, zieht da Luft rein, dann fängt er an zu brüllen. Sonst eigentlich nichts gemacht, ne. Er ist fast 100% so wie im letzten Video. Bisschen lauter ist er jetzt, bisschen lauter. Bisschen lauter ist er, aber halt nur unter Last. Aber wir zeigen euch das am besten jetzt einfach mal. Warte, ich schmeiß meine Karre mal eben an. Ich habe auch so, ja, das habe ich, jetzt habe ich fucking Strokes schon wieder. Ich habe die graue Innenausstattung, du hast die beige. Und ich habe so ein Samurai-Schwert, aber der kommt noch raus, weil der ist ziemlich hässlich. Ansonsten. Ja, da hat man es wahrscheinlich schon gehört. Und jetzt wirklich. Ja, also alleine im Stand merkt man da schon einen Unterschied. Wir müssen das mal ein bisschen revven. Ich gehe mal hier hinter, bei dir hinter das Auto. Ja, fast wie im letzten Video. Aber ein bisschen lauter ist er auf jeden Fall. Aber während der Fahrt hört, ist er schon deutlich lauter. Also im Stand ist das jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Wenn du da vorne gehen möchtest, fährt man den unten. Ja, doch, man hört das Ansauggeräusch jetzt krass. Dieses Ansauggeräusch habe ich jetzt bei mir nicht, weil bei mir halt eigentlich nur die Auspuffanlage gemacht wurde. Aber dafür hört man die Auspuffanlage. Jetzt klingt er mehr wie ein Mercedes, wenn alle den schon ein Mercedes haben. Ja, ist echt so. Alex hat mir auch letztens gesagt, er geht nur noch nachts tanken, weil ihm die ganzen Fragen von Leuten nerven. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, was es damit genau auf sich hat. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich für Rechtslenker eigentlich einen Führerschein brauche. Nein, brauche ich nicht. So, wir machen das Licht einmal kurz an, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ah, ich habe noch die Side-Marke, hast du nicht? Also... Ne, du hast ja schöne amerikanische Stadtlichter. Ja, stimmt. Ja, da sieht man, was Kehrlichkeiten schon ausmachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei man bei dir sagen muss, du hast ja auch Nightbreaker drin, die sind auch ein bisschen weißer als eigentlich. Also, das ist vielleicht auch anders, aber jetzt nicht als Umbau gewertet. Eigentlich haben die Abländichter diese Farbe hier, ne? Ja, aber das... Wir haben die gleich gegen ordentlich gekauft. Lassen wir jetzt mal außen vor, das zählt jetzt einfach mal nicht dazu. Ansonsten wirklich sehr schönes Kfz, ich bin mega zufrieden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich den gegen den MX-5 getauscht habe. Man kann sich da nicht beschweren, die Dinger laufen, man braucht sich keine Sorgen machen. Ich habe ein bisschen Probleme mit Ruhestrom, wir wissen aber mittlerweile, woran es liegt. Also, das wird auch noch gefixt. Sind alles nur Kleinigkeiten, die eigentlich jedes andere Auto genauso haben könnte, nur, dass es bei dem irgendwie noch seltener passiert. Ich habe noch schöne Vorhänge, die baue ich auch noch rein, aber das werdet ihr dann bestimmt auf Instagram irgendwann sehen. Und ich mache das Auto mal aus. Und ansonsten bin ich eigentlich mega zufrieden. Das sollte jetzt eigentlich nur so ein kurzes Video werden. Ich muss aber noch an einer Stelle sagen, es tut mir leid, dass keine Motorradvideos mehr kommen, weil... Es ist 16 Uhr und dunkel. Ja, es ist 16 Uhr und dunkel. Und es ist arschkalt, deswegen ist das zurzeit leider ein bisschen schwierig. Ich versuche trotzdem irgendwie jetzt über den Winter immer irgendwas zu finden, was ganz witzig ist. Ich hoffe ja, dass es schneit, weil dann könnten wir, da wir beide schön leistungsstarke, heckangetriebene Fahrzeuge hier unterm Arsch haben, ein bisschen im Schnee auf der falschen Achse lenken, wenn man es so ausdrücken möchte. Leute, auch wenn das ein bisschen kürzer war, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und macht die Glocke an und folgt Alex auch auf Instagram, weil er fährt schließlich Mercedes. Daumen nach oben heißt mehr Lexus-Content. Mehr Lexus-Content. Leute, wenn ihr mehr Lexus-Content haben möchtet und ich dann, dass ich auch damit mal irgendwie rumfahre und lustige Sachen mache, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Oder ihr macht es eh nicht, aber merkt euch, dass ich das gesagt habe. So, mit diesen Worten, haut rein, bis zum nächsten Video und...